Damit willkommen zu meinem Kanal-Trailer, denn was würde ich allgemein erwarten, wenn du Abonnent dieses wunderschönen YouTube-Kanals bist? Also, ich werde Clash of Clans Videos erwarten und Clash Heroes Videos. Die werde ich, sag ich mal, kombinieren. Die eine gute Hälfte des Videos reden wir schön über Clash of Clans und die andere gute Hälfte des Videos schön über Clash Heroes. Clash Heroes ist ein neues Spiel von Clash of Clans, was jetzt aktuell noch nicht, sag ich mal, draußen ist, sondern immer noch in der Entwicklung ist. Aber dennoch, aktuell können wir darüber reden. Und wenn das Spiel später draußen ist, können wir ganz entspannt wie in Clash of Clans spielen. In Clash of Clans, sag ich mal, was erwartet dich da jetzt nochmal allgemein? Beispiel, Tipps und Tricks, die dir weiterhelfen können. Clanspiele, möglichst viele Punkte zu ergattern und auch schnell in der Clankriegsliga, möglichst die Clankriegsliga erfolgreich zu beenden, gemeinsam mit deinem Clan. Wie du, sag ich mal, möglichst weit hoch kommst mit den Trophäen, welche Angriffsstrategie am besten ist. Das alles erwartet dich auf meinem Kanal und ich würde sagen, ganz viel Spaß auf meinem Kanal. Das alles erwartet dich auf meinem Kanal und ich würde sagen, ganz viel Spaß auf meinem Kanal und ich würde sagen, ganz viel Spaß auf meinem Kanal und ich würde sagen, ganz viel Spaß auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.